So, Michael Jung, Fischer Schelzi, Versuch Opa. Hier das Ergebnis von Luca Maria, Moneta zu toppen, 39 Sekunden und wenn er weiter so am Gashahn dreht, dann hat er verdammt gute Karten damit. So, vorne rum, genau so reitet man auf diesen Ochser, da ist er bei 23 Sekunden und das sieht gut aus. Jetzt muss er hier lediglich die Letzten berühren, gar kein Thema, das macht nichts, aber liegen lassen und den Letzten, den Letzter liegen, 34, 35, 5, 7 Sekunden. Denn diese Runde ist top, mehr als top, denn diese Runde bringt die Zuschauer hier mächtigst in Wallung. So, 35, 5, 7 Sekunden, Luca Maria, Moneta hatte 39, Arno spricht davon 4, nicht ganz, 3,5 Sekunden sind es hier am Ende, die sie da schneller waren. Aber nichtsdestotrotz, 3,5 Sekunden im Stechen, das ist schon... Aber nichtsdestotrotz, 3,5 Sekunden im Stechen, das ist schon...